Hallo, meine letzten Channel, ich grüße euch herzlich zu einem Podcast. Ist Mayonnaise ein Instrument? So die These von Riesenzwerg. Ich werde diese These jetzt untersuchen mit meinem treuen Freund, dem Duden. Also, das Instrument. Substantiv Neutrum, meist feingearbeitetes, oft kompliziertes, gebautes Gerät. Werkzeug für wissenschaftliche, technische Arbeiten. Oder jemand etwas als Mittel, das man sich, wie ein Werkzeug, zur Ausführung von etwas bedient. So, das Instrument ist also ein Gerät. Das Gerät, Substantiv Neutrum, nicht zu verwechseln mit der Gerät. Substantiv Maskulin. Klingstand, mit dessen Hilfe etwas bearbeitet, bewirkt oder hergestellt wird. In dem Fall, Spaghetti mit Mayonnaise und Tomatensauce mit Aromat ist ein Produkt, wurde also mit Hilfe von Mayonnaise hergestellt. Aber ist Mayonnaise ein Gegenstand, wie es in der Definition steht? Gegenstand. Körper. Nicht näher beschriebene Sache. Ding. Oder dasjenige, worum es in einem Gespräch, einer Abhandlung, Untersuchung oder Ähnlichem geht. Was den jeweiligen gedanklichen Mittelpunkt bildet. Also für den Moment, der Gegenstand der Analyse ist die Mayonnaise. Also, ist Mayonnaise das Thema, der Gegenstand und ein Gerät. Und Instrument. In das Sinne mit Patrick Star ist aber das Musikinstrument gemeint. Das Musikinstrument, Substantiv Neutrum. Instrument, mit dem Töne hervorgebracht werden, auf dem Musik gespielt wird. Natürlich brauchen wir noch ein praktisches Beispiel, um das Ganze abzurunden. Wie hier mit Bewiesen ist, kann man Töne mit der Mayonnaise machen, wenn man einen Klöppel respektive, in dem Fall, einen Löffel hat. Wie eine Trommel. Denn es fehlt noch ein Detail. In der Definition steht, auf dem Musik gespielt wird. Musik Substantiv Feminin. Kunst Töne in bestimmter Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Rhythmus, Melodie, Harmonie zu einer Gruppe von Klängen und zu einer stilistischen, eigenständigen Komposition zuzuordnen Tonkunst. Da die Mayonnaise rhythmisch ein Geräusch produzieren kann, kann das ein Teil sein einer Komposition. Wir können also sagen, der Löffel ist gefallen. Mayonnaise ist ein Musikinstrument. Abgesehen davon, dass bis jetzt sicher jeder gemerkt hat, wie dumm die Vorgehensweise ist und dass das Ganze hier pseudologisch ist. Danke. Tschau und schön.